So, Papa ist am Essen, Candy chillt und Frau geht einkaufen, höchst motiviert. Auf geht's zum MMA Training, da wird jetzt auch heute noch mal richtig fleißig supplementiert und nicht vergessen heute ab 21 Uhr wieder ein fetter Livestream auf Twitch und zwar werden wir Rainbow Six wieder suchen, also bis nachher. Also, für jetzt gleichwertig supplementiert, ein Löffel Focus Booster kommt hier rein und ein fetter Löffel ERAs kommt hier direkt rein und dann während ich zum Training fahre, ich werde das schon ausgetrunken und nach dem Training schmeiße ich, oder ich mache das jetzt schon und nehme es mal mit, ich bereite es halt immer vor, zwei Löffel Whey Protein da rein, ja, zwei Löffel und ein Löffel ERAs noch dazu, der wird dann direkt nach dem Training weggeschlürft. Warum so viel ERAs und Protein und so weiter? Ganz einfach Leute, um die Muskulatur zu schützen, das heißt, ich will nicht an Muskulatur abnehmen, man muss auch auf sein Gewicht kommen, sondern ich möchte natürlich so wenig Muskulatur verlieren und deswegen Leute, viele ERAs am Start und Whey Protein und das werde ich mir heute alles noch geben. Wer natürlich bei NewStops einkaufen will, Prozentcode flying10 immer am Start. Eins muss ich ja sagen Leute, mit so einem Polo zu fahren, ist sowas von geil, sowas von entspannt, dich guckt keine Sau an, weißt du, du kannst einfach sorgenlos auf Undercover zum Training fahren und keiner checkt's, das ist mal echt richtig, richtig angenehm und einige haben mich gefragt, beziehungsweise habe ich eben gerade eine Nachricht gelesen, sowas wie, ja Uwe, ich meine, du wärst ja vom Fit Taste bezahlt, sonst würdest du es ja nicht posten, aber schmeckt es wirklich? Ich kann euch nur sagen Leute, ich werde von Fit Taste zu 100% nicht bezahlt. Ich bekomme das Essen zugeschickt, ich kenne die Jungs, Fit Taste kann ich vom Herz nur empfehlen, das Essen schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also, macht euch da keine Gedanken, ihr könnt sorgenlos und sorgenfrei bei Fit Taste bestellen, sind richtig gute Jungs, sind zwei Brüder und die machen das einfach top. So, wieder mit Training fertig, ich werde jetzt ganz kurz ein bisschen was essen und danach geht der Leistung los, es kann sein, dass das vielleicht fünf Minuten später ist, aber bei Technik. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.